Hey Leute, was geht? Wir spielen heute Heide Zieg mit... Einti! Was geht? Nack! Hey! Und Einti! Was geht? Was geht? Leute, guck mal! Das ist ein Instagram-Profil! Einti, was machst du denn da? Ja, guck mal! Wir werden euch dann noch fehlen bis zu 2000! Das kriegen wir doch mit längst in Folge! Was geht? Let's go! Okay, wir sind jetzt hier in der Schule. Wer vergangst du zählen? Oh nein, ich bin der Flammenwerfer! Oh nein! Du zählst! Hier nimmt das Schwert! Nee, ich finde, Einti sollte das Schwert nicht kriegen! Doch, er muss zählen! Komm, wir vergang! Dann Einti nicht ein Holzschwert kriegen! Eins, zwei, drei... Oh, was geht? Los, Einti, weg vom Endi! Let's go! Ich hab mir die Nase geputzt! Ja, ja! Einti, was hast du trotzdem gehabt? Einti, du hast geporpelt, du Schwein! Was geht? So, da gibt's voll gute Verstöcke! Ich glaub, ich bleib hier! Sechs, sieben... Ja, komm, komm, komm! Ich bin gerockt, das Ding, Leo! Ich hoffe, du kriegst dich nie! Geh nicht nach unten, okay? Nicht nach oben! Machst du die Tür auf? Gar nicht! Einfach! Bist du hier? Nein! Okay, okay, okay! Ja, weine! Ich mach hin! Nein, ich bin doch doch gleich, Jungs! Einti! Hast du Einti gefunden? Was geht? Nein, er hat mich gefunden! Okay, gut, gut! Weiter, weiter! Such weiter! Ey, Jungs, Einti, ich bin lockerer Leichtigkeit finden! Hey, warte, Einti, such jetzt mit, oder? Ja, was geht? Oh, oh, das wird gefährlich! Ich bin Einti und so! So, ihr habt schon alle? Ja, außerdem! Oh, oh, welchen schaffen zu gewinnen? Ich weiß, wo Einti es ist! Vorne! Ähm, das kann ich nicht sagen, ich hab einen Vertrag unterschrieben! Gut, gut, gut! Wo ist der? Richtig! Schau mal an, was in den Nutsch... Ah! 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 Was? Einti, du darfst nicht mehr reden, wir spielen jetzt Mörder! Hä? Einti, es gibt zu viele Türen hier! Hä? Fühle mich nie! Ja, das ist ja das Problem! Hä? Einti, ist wirklich raus! Komm, such mich! Einti, es war Realtalk, wo bist du? Hä? Einti, ich finde ihn gar nicht! Einti, Einti! Einti! Und sagt er mal den! Was geht? Ja, ich überlef! Okay, Einti ist dran! Einti! Einti, weg vom Handy, Mann! Okay, los! Einti, zwei! Schick da geht! Einti, vier! Juhu, Einti, wir können einfach kassieren, Jungs! Einti! Diesmal werde ich gewinnen, ich hab eine gute Taktik! Einti! Nein, Einti, komm mit! Okay, hast du ein gutes Versteck? Ja, gerade! Was geht? Du liegst! Einti, noch nicht, Einti, noch nicht! Warte, warte! Einti, drei, zwei, eins... Okay, guck mich an, ich folge dir! Okay, ich weiß nicht, ob das an der Aufliste ist, aber... Warte, warte, kann man hier rein? Okay, nee, ich folge dir, wo bist du? Ey, ohne rausgehen, wo bist du? Hier! Wo seid ihr? Einti ist am Ende, ihr könntest nicht sehen, Alter! Was geht? Wo seid ihr, Alter? Raus mit der Sprache, muss nicht! Ja, wir werden die niemals verraten, aber wir sind Jungs! Einti, ich bin dich bestimmt als Erster! Ja, nicht! Einti, wo bist du? Einti, wo seid ihr? Hä, was? Denk nicht! Denk nicht! Leute, da bist du ja, was geht? Ich hab dich! Ja, ja, Schauspieler, okay? Wir müssen weitersuchen, ich helf dir! Ich glaube, ich habe Nacken gesehen, dass hier irgendein Rausgeist... Glaubst du da nicht? Niemand... Nee, Nacken ist da unten gegangen, als du am Handy warst, warte... Was? Echt jetzt? Er kann nicht weit weg sein, ich guck mal in der Küche... Schau mal nach, wo der ist, irgendwo auf dem Klo oder so, safe! Ja... Ich musste gar nicht aufs Klo... So viele Räume gibt's hier gar nicht... Obwohl, oha, wie groß ist die Toilette, oha! Leute, ich hab nicht gefunden in der Sporthalle! Leute, der ist ja wirklich hier! Was geht jetzt? Der hat die Tür abgebaut! Leute, was ist das für eine Tür? Der hat die Tür abgebaut! Leute, da ist egal, dass Einti suchen! Das ist besser, wenn ich gewinne! Einti, wo bist du? Einti, gib mal Tipp! Mir riecht es nach Kacke! Ja, okay, Toilette! Das könnte immer sein! Ah, ich hab Einti! Wo, wo? Im Klo! Einti... Komme! Okay, ich muss durch... Ich versteck euch, Leute! Let's go! Eins, zwei, drei... Seid ihr versteckt? Doch, nicht ganz! Ich komme! Ey, Junge, was ist das für Versteck hier? Hä? Was? Du bist ein Gelbund! Au! Au! Hi, 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 wow! Seid ihr beide schon raus? Ja! Alter, so schlecht, Junge King-Nack! Sag die Tasche, komm! Hau raus! Welche Tasche, Bro? Ähm... Na, okay! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Was geht? Okay, Nack, du hast doch nicht gesucht, deswegen du bist dran! Hier, nimm dein scheinliche Schwert! Okay, danke! So, jetzt warte, dass du wegkommst hier! Hey, okay, ich geh mich verstecken! Einti, wo bist du? Ich hör ja irgendwo ein Auto fahren! Junge, womit fährst du? Hä? Lol, du fährst damit! Ja! Sieben! Gleich, 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 gleich! Oh mein Gott, ich glaub, ich hab ein richtig krasses OP-Verstecken gefunden! Oh mein Gott! Immer die Hände waschen! Okay, Nack, du kannst kommen! Okay, so, ähm... Kann ich mir einen Tipp geben, oder? Bitte such unten, in der untersten Etage! Okay, also damit willst du mir auf jeden Fall nicht sagen, dass du oben bist! Ähm, nein! Vielleicht willst du auch, dass ich denke, dass du denkst, dass ich denke, dass ich nach oben kommen soll! Nein, so denke ich nicht! Du kennst mich! Ja, stimmt, so schlau bist du eigentlich nicht! Ja, such weiter! Ich hab dir gesagt, guck auf jeden Fall nicht unten! Oh mein Gott! Alter, bist du unten, oder? Ja, Mann! Ähm, ihr wollt mich wohl verkackern! Warum? Äh, hier auf Klo! Findest du keinen? Ich hab mal gar keinen gefunden! Junge, such besser! Hey, wo ist Ente? Hallo! Achtung! Al, die ist diesmal auch nicht auf Klo! Hä? Haben, such besser, Mann! Du kannst doch Minecraft! Ja! In der Tonhalle ist keiner, Digga! Ich höre in der Auto rumfahren, wo ist Ente? Äh... Ihr kleinen Ratten, Alter, wenn ich euch finde! Ente, Digga! Nein! Ente, nein! So, Ente, tu! Ey, es brennt in der Schule! Es brennt, du musst ausmachen! Das geht alles kaputt! Ups, ups! Ja, kein Problem! Ich hab gesehen, ganz oben brennt es, hab ich gehört! Ey, es brennt oben! Ja, mir egal! Ich bin hier nur Busfahrer in der Stadt! Ich hoffe, die Welt geht jetzt nicht kaputt! Wo ist Alpha? Ich hab dir gesagt, guck nicht unten! Junge, woher wüsstest du, dass es oben brennt? Ähm... Internet! Ja, Ente, du kannst mit suchen, nicht am Handy chillen! Was? Ente! Such mit, Mann! Die kriegen mich irgendwie nicht! Also, und er! Ich bin aufgesteckt! Was geht? Wo bist du? Wo ist Alpha? Alpha, Junge! Junge, Ente, hat sich importiert! Cheater! Was? Gar nicht! Doch, ich hab's gesehen! Und dann hat Nick die Richtung gesehen! Irrenlos! Komm, wo ist IT? Wir müssen IT finden! IT! Ja, hey, habt ihr noch nicht? Ich bin irgendwo am Schulrands! Wo sind hier Schulrands hin? Ah, warte, ich weiß! Loll! Ah, komm, IT! Hä, das ist draußen! Wie? Ah! Hä, wie hat er das gemacht? Ah! Wie? Alter, IT, nicht schlecht! Mit welcher Taste? Ja, der Heim! Oha, war das krass! Ups! Junge! Hier! Hab's repariert! Hey, ich hab's repariert! Bitte nicht die Möbel klauen! Ich will doch gucken, was für mich! Hey, wen hatte ich zuerst? Nee, Ente ist dran! Ente, los! Was geht? Okay, okay! Ein letztes Mal! Warte kurz, wir müssen was umstellen! Okay, du kannst anfangen! Let's go! Diesmal habe ich einen Plan! Ich hoffe, es funktioniert! Ein, zwei, drei... Oh mein Gott, ist das krass! Oha! Was geht? Ich bin komplett unsichtbar! Als ob das geht! Okay! Oh mein Gott, du kannst kommen! Ich bin komplett unsichtbar! Ich komm! Oder sehen wir mich von hier, von der Seite vielleicht? Nö, gar nicht! Wo seid ihr? Alter, du wirst mich nie finden! Wirklich! Hey! Ich geb dir einen Tipp! Ich geb dir einen Tipp, wir sind unten! Wir sind unten! Hallo, unten, oder was? Ich und Einti auf jeden Fall! Ja, Einti ist bestimmt eben oben! Einfach, wenn du meinen Versteck siehst, Junge! Wir haben schon richtig heftige, wirklich! Nee, hast du nicht? Oh, oh, ich höre Feuer oben! Was geht? Wo ist Nick, Alter? Einti, dein Versteck ist gar nicht so gut! Warte! Ich muss Nick suchen! Such mal uns, Junge! Wirklich! Ja, warte, ich such euch! Alter, wenn du mich hier siehst, dann weiß ich auch nicht mehr! Warte, ich such euch! Oh, ich höre Blöcke! Was geht's? So, wo seid ihr? Ich sagte, in diesem Raum stinkt es ein bisschen! Nach Einti? Ach, ah, ah! Deswegen weißt du, wo du hin musst! Ah, was geht? Oh mein Gott, da bin ich auf Einti! Ah, warte! Einti hat gerade richtig Schiss, der weiß nicht, was er machen soll! Oh, oh, Einti, ich seh dich! Was? Ohne Feuer, ohne Feuer, wirklich! Ohne Feuer, wirklich! Warte mal, bist du! Mach ohne Feuer, okay? Ja, okay, warte! Du bist safe, da irgendwo dahinter, oder so! Äh, 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 äh! Kommt immer näher, Einti! Was seid ihr? Ja, es gibt viele Toiletten, Einti! Hä? Oh, oh! Ist das hier ich, oder was? Doch, wir haben dich schon gesehen! Echt? Ja! Ich verrate nur nicht alles! Hä? Okay, ja, ich verrate nicht alles! Was seid ihr? Ja, Junge, geh mal nach rechts, da ist noch eine Tür! Ah! Hä? Da? Nein, nicht in der Sporthalle! Da gibt's noch mehr Räume zum Umkleiden! Ja, 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 nein! Was? Junge, was macht ihr? Komm, jetzt, wein dich, wir sind voll viele Toiletten! Jetzt, komm! Warte! Ah! Wo seid ihr? Oh, mein Gott! Hä? Als ob! Hä, wo? Als ob! Ey, ohne Feuer hab ich nicht gesagt! Oh, mein Gott! Ohne Feuer, wirklich! Ohne Feuer! Junge, was macht ihr da? Nach unten! Nein! Oh, mein Gott! Ich hab nicht! Guck mal, man kann sich hier reinlegen und komplett unsichtbar machen! Guck jetzt, warte! Wie hab ich das grad gemacht? Alter, dein Kopf guckt doch raus! Ja, hier jetzt, komplett unsichtbar! Komplett! Ah, warte, noch nicht! Oh! Okay, habt ihr mich schon gefunden? Nein, Junge, was war's? Wo ist dein Versteck? Warte, kann man das hier auch? Kann man das überall machen? Nein, wir sind in der Dusche! Wo ist der? Junge, wie viel Sport hast du gemacht? Okay, wo ist Nack? Ich bin kein Dorn! Digga, wenn ihr mein Versteck findet! Nack, welche Taschen weg sind? Ich weiß es gerade gar nicht, ich glaube, er hat geschossen! Okay, hier liegt ein Pokal auf dem Boden! Noooi! Was? Wie? Oha, guck mal, da drin! In der Vitrine! Wie hast du das gewacht? King, Mike! Junge! Hä, wie bist du da reingekommen? 300 IQ versteckt! Darf mir erst mal auf Instagram folgen, Leute! Noooi! Achso! Let's go! Oha! No, du hast es hier aufgebrochen! Junge, du Dieb! Ich bin Schwerverbrecher! Wie positioniere ich die wieder dahin? Ah, das können wir echte Kings, alle! Also, ich bin mal da drin versteckt! Kommt alle mit rein, Leute! Mach auf! Als wenn man da rein kann, Junge! Warte, auch geht... Geht auch in Game Mode rein, glaube ich! Und... Zack! Mit drin! Einfach was geht! Mit der Ente! Junge, einfach die Vitrine! Der Ente pumpen, die will ich! Was geht? Und eigentlich, Leute! Lasst Like da! Ich bin da nicht! Wenn euch dieses Video gefallen hat, schaut bei der anderen vorbei! Lasst Like da, lasst Like da, oder wenn ich sage... Tschüss! Tschüss!